die kunden hat eine spültisch verstopfen ich habe die möglichkeit eine neue maschine auszuprobieren eine kleine widget die über die fußtaste bedient wird so habe ich mit der maschine noch keine erfahrung gehabt rückwärts vorwärts probieren man kann es jetzt schlecht sehen so kann ich mit leben man kann zu der maschine stehen wie man will sie ist durch das rohr durch von oben läuft ab alles ist dicht reicht mir erst mal sicherlich nicht nachhaltig aber doch eine angenehme geschichte